Guten Morgen! Na? Ja. Ah, endlich erwische ich dich mal. Das bist du doch, oder? Noctis? Dino hier, Apparat. Der Steinschleifer. Genau, der Steinschleifer. Wir haben uns schon viel zu lange nicht gesehen. Nein, schaut doch mal am Galdinkai vorbei, wenn ihr Zeit habt. Okay, verstanden. Ja, dann hat er wieder irgend so eine blöde Aufgabe für uns. Also wir müssen auf jeden Fall erstmal nach Lestallium fahren. Normalerweise würde ich ja sagen, dass wir vorher nochmal auftanken, aber da wir jetzt nicht so viel verfahren haben, da wir nicht so viel weggefahren, also leergefahren haben, so. Ähm, würde ich sagen, lassen wir das mal, Aufgabenziel. Ach, der wollte ja unbedingt zu diesen Cho-Cho befreunden, ne? Ja, komm, da fahren wir nochmal in. Neuer Tag, neues Glück. Ja! Auf geht's! Ich höre die Viecher immer, nur. Hm, jetzt weiß ich sie nicht mehr, komisch. Ja, du. So. Selten zu einem Chocobo-Narren gesehen. Entschuldigung, ich würde gerne auf einem Chocobo reiten. Auf einem Chocobo? Tut mir wirklich leid. Aber im Moment geht das nicht. Lässt sich leider nicht ändern. Du musst wissen, diese Gegend wird derzeit von einem Behemoth namens Nebelauge heimgesucht. Und meine Chocobos fürchten sich vor dem Ding. Um zu verhindern, dass was Schlimmes passiert, habe ich den Verleih erstmal eingestellt. Moment mal, seid ihr nicht die Jäger, von denen man in letzter Zeit so viel hört? Wie sieht's aus? Würdet ihr euch um die Bestie kümmern? Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es eine hübsche Belohnung bei raus. Ja, das wäre schön. Vielleicht nicht zu sehr bedrängen. Aber bitte überlegt es euch. Womit kann ich heute dienen? Wie wäre es mit einer kleinen Stärkung? Ähm, nicht. Achso, Ortsinfo. Ist natürlich auch nicht schlecht. Refugien, genau. Parkplätze wurden eingezeichnet. Ortschaften. Sammelstellen. Okay. So, Speisekarte brauchen wir nicht. Jagd. Ich weiß gar nicht, welche Level wir jetzt eigentlich haben. Ähm, ich glaube, rum Level 9 oder 10, ne? Und trotzdem... Äh, hm. Würde ich jetzt erstmal sein lassen. Obwohl, naja, Kopfgeld 2000 Jill ist natürlich schon richtig geil, ne? Nehmen wir mal an. Ich verlasse mich auf euch. Ich hoffe, die sind nicht zu stark. So. Steht auf euch. Aber ich dachte eigentlich, ich kann bei ihm jetzt den Auftrag annehmen. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ähm, ich würde sagen, ich gucke mal eben hier. Ne. Tal ohne Wiederkehr. Fäder und Clown. Das sind alles die Alten. Ja, für ihn musste ich da noch was suchen. Das ist klar. Tal ohne Wiederkehr. Das hätten wir eigentlich machen sollen. Ich meine, 2000 hierfür wäre natürlich schon geil. Wobei wir... Ja doch, ich bin jetzt Stufe 15. Doch, das müsste eigentlich soweit funktionieren. Ich würde nur sagen, dass ich mal eben kurz speichere. Falls da doch mal irgendwas passiert, dass wir dann nicht allzu weit weg wieder ankommen. Ja, Entschuldigung. Äh, schon wieder aus der Kosmonologie. Und so trug es sich zu, dass der Schwertgott nach Tenebri niederstieg, wo er eine Frau erwählte und die Kraft gab, die Stimme des Planeten zu hören. Ihre Weisheit und ihre heilenden Kräfte. setzten sie fortan ein, um Nöte zu lindern und das Kanagi zwischen den Göttern und den Menschen zu vermitteln. Was gibt's? Wo ist er denn überhaupt? Junge, was ist denn? Hallo? Hallo! Du hast auch wieder nur Heiltränke für viel zu teuer im Angebot. Ja, mir nicht. Ähm. Ja, würde ich sagen, machen wir den Auftrag. Ja, was halt... Warum ruckelt das denn jetzt auf einmal so? Ich bin nichts im Hintergrund am Laden, nichts. Ähm. Was halt jetzt blöd ist. Ich wollte eigentlich bestätigen, dass wir uns darum kümmern. Und das kann ich nicht. Ich sitze wirklich nervig irgendwie. Kommt mit, Jungs. Wir gehen jetzt erstmal auf unbekannte Ruhe. Lasst nichts liegen. Okay. Oh. Das ist ein ganzes Rudeln. Eieiei. Aber das sind diese normalen Viecher. Okay. Okay. Das sind nicht die normalen Viecher. Hey! Greife abwechselnd mit deinen Kameraden an, bis die Teamlink-Balken aufgebraucht sind. Maximal sind zehn Teamlinks. Okay. Okay. Ey, das Blocken hat der mal angenommen. Wie geil. Wie geil. Verschwinde. Dein Plan ist aufgegangen. Ja. Die Zeit müssen doch weit machen. Okay. cima. Celek. agine. Hi. Ja, ich weiß, Blocken ist nicht deine Stärke. Ich sehe auch gar nichts, hallo! Äh, das war mal nicht der, die ich angesiede habe. Na, ich sollte mich vielleicht doch mal so langsam heilen. Oh, Leute, wollt ihr mich verarschen? Dann roll dich auch raus. Oh, das ist eine scheiß Kamera-Presse. Hallo, ich würde mich gerne heilen! Oh! Wenn man wenigstens was sehen würde, ne? Und wieder funktioniert das Blocken nicht. Das ist echt nervig. Ja komm, das ist der letzte, stell dir nicht so an. Verdammt flink! Ach! Das war knapp. Ja, das war hart. Geschafft ist geschafft. Also wenn wir jetzt dafür die 2000 Jill bekommen, dann hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt, Leute. Auch wenn es wirklich hart war, weil wir brauchten ja auch mindestens zwei Tränke. Aber das ging ja noch. Jetzt überfahrt mich bitte nicht. Kommt schon ein Auto, Hilfe! So, Jungs, komm! Bisschen schneller! Eieiei, wie ich aussehe, total verschwitzt oder voll Wasser. Ich weiß es nicht. Hi! Ich möchte was abgeben. Moment, kann ich heute dienen? Yes! Dank euch, Jungs, ist die Gegend wieder sicherer. Dankeschön, Dankeschön. Wir haben 2100 Jill bekommen. Yes! Und ein Super-Elexier. Perfekt. Perfekt, ja. Und sonst? Alles in Ordnung bei euch? Äh, ja. Ich würde sagen, ja, Speisekarte würde ich auch nochmal, oder? Aber es kostet auch wieder, ne? 120 Kill, na. LP Maximum kann man erhöhen. Das wäre natürlich richtig geil. Angriffskraft auch nochmal erhöhen. Also wenn ich das richtig verstehe und die wirklich das Maximum erhöhen. Ähm, dann wäre das natürlich mega. Wobei 800 Gill natürlich auch wieder sehr, sehr viel sind. Aber ich hätte schon gerne die Angriffskraft auch erhöht. Ach, Mann, das ist doch scheiße. Hm. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich verstehe zwar nicht, was schützt vor Frosch heißt, aber dass wir das mal essen. Ist sofort fertig. Hoho, Essen fassen! Ja, also wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, erhöht das wirklich die, äh, die LP und so weiter. So. Dann, äh, würde ich sagen, ich glaube, da haben wir jetzt so nichts mehr. Ja, die anderen... Diese Wester machen uns schwer zu schaffen. Hm, ja, ja. Die anderen sind, naja. Wenn wir da schon so Probleme mit hatten, ob wir dann wirklich unsere Stufe hinkriegen, weiß ich nicht. Ach so, das ist das mit dem Nebelauge. Da würden wir auch nochmal 3000 Gill bekommen. Wahrscheinlich wird das ziemlich heftig werden, muss ich sagen. Unten stand auch drin, dass das neun Ziele sind. Also hoffe ich, dass das nur der eine ist. Wir nehmen den einfach mal an. Bist du da sicher? Nö. Deswegen speichere ich auch vorher. Äh. Also es tut mir leid, aber ich muss definitiv vorher nochmal speichern, weil, ähm, naja, wir sind noch nicht alle Level 15, aber ich habe immer noch die Hoffnung, da wir mit vier Leuten auf den Eindreschen, dass wir das hoffentlich schaffen. Da war doch noch irgendwas. Moment. Fertigkeiten. Genau. Haben wir hier... Wir haben noch 10 Fertigkeits... Ne, Moment. Das kostet 10 Fertigkeitspunkte. Wir haben 256. Ist das jetzt ernsthaft? Äh, das wäre natürlich geil. Gut getimt ist, äh... Aha. Nach dem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung. Ja, das wäre jetzt nicht so... Die kann man jetzt... Ach, die kann man doch anwählen. Ähm, seine Stufe. Ersetzt gleiche Effekte niedriger Stufe. Ja, das wäre nicht schlecht mit der Manaquelle. Ähm, automatisches Ausweichen verbraucht weniger MP. Ermöglicht das Zertrümmern von Sicher Einzelteilen durch Warpangriffe. Hört sich interessant an, auf jeden Fall. Ähm, erhöht den Schaden von Warpangriffen immens. Ja, das wäre natürlich schon geil. Ist auch... Aber kann ich noch nicht nehmen. Na toll. Das kann ich wahrscheinlich erst dann nehmen, wenn ich den Schaden generell erhöht habe. Dann machen wir das jetzt mal eben. Und dann erhöhen wir den Immens. So. Dann haben wir das jetzt auch freigeschaltet. Verursacht bei Warpangriffen aus kurzer Distanz kritische Treffer. Ja gut, da fahren wir jetzt natürlich keine Punkte. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen. Ist auch nicht schlecht, weil wir die ja zwischendurch auch schon mal hatten. Erhöht den Schaden von Überraschungsangriffen immens. Da warte ich jetzt eben noch mit. Ähm, das war die Sache mit Ausweichmanöver. Hinterlässt bei Warps einen Doppelgänger. Hä? Der kurzzeitig die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Das ist auch nicht schlecht. Bei einem perfekten Block wird eine kleine Menge MP regeneriert. Ermöglicht mit einer Kombination aus Warp und Sprungangriff Attacken auf... Naja gut, das ist jetzt... Ermöglicht mit Ausweichmanöver in der Luft. Erhöht MP um seine Stufe. Aber soll man das jetzt heißen? Mag automatisches Ausweichen? War das 99? Hinterlässt einen Doppelgänger wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte natürlich auch, dass die anderen ein bisschen mehr können. Ein weit entfernten Gegner präsentativ füllt den Kommandobalken auf. Erhöht den Schaden von Kombos. Ermöglicht das Kontern gegnerische Angriffe mit dem Großschwert. Das machen wir auf jeden Fall erstmal. So, dann analysiert zum Kampfbeginn die Gegner und zeigt Schwächen und Attribute auf. Wäre auch nicht schlecht. Schalten wir mal frei. Mit den Schaden von Kombos machen wir mal. Das mit dem weit entfernt machen wir mal. So, dann haben die auch ein bisschen mehr, was die machen können. Erlaubt das Anliegen von zwei Accessoires. Ja, weiß ich nicht, ob denen das jetzt was bringt. Erhöht die LP aller Gefährten um das Doppelte. Ersetzt gleiche Effekte niedrige Stufe. Ja, keine Ahnung, ob das gut ist, aber ich gehe mal davon aus, dass es gut ist. Erhöht die Vitalität aller Gefährten um die jeweilige Stufe. Vitalität, ja. Erhöht die LP aller Gefährten um das Fünffache. Das ist allerdings jetzt wieder sehr teuer, ne? Willenskraft, Stärke aller Gefährten. Machen wir mal die Stärke erstmal. Das ist natürlich nicht unwichtig. So, viele haben jetzt leider nicht mehr übrig. Was ist mit dem hier? Das ist schon wieder alles teurer. Erlaubt Prompto im Kampf zu fotografieren. Naja, gut, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Verlängert die Effektdauer. Das passt auch nicht mehr. Das passt auch nicht mehr. Das sind wir auch nicht. Zeigt bei der Analyse mit RB Gegner Infos schneller an. Im Wartemodus wird das Zertrümmern von Teilen. Äh, Warp-Modus, nicht Wartemodus. Ja gut, das ist das letzte hier, ne? Gut, dann lassen wir das jetzt mal so. Ähm, die sollten also eigentlich stärker sein und ein bisschen mehr EP haben. Da ich das jetzt nochmal alles so eingestellt habe. Ähm, sorry. Muss ich das mal eben speichern? Ja. 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 Vielen Dank.